Einen elfischen Namen? Elentes Dreckszeug. Alle umbringen. Was wäre... Wer wüsste sich wohl da am besten mit aus als eine Elfe? Elfen wissen gar nichts. Sanya Barthala. Gehen wir. Ich weiß schon mal nichts. Fragen wir den anderen Elfen. Der weiß erst recht nichts. Wie kann ich helfen? Sag ich ja. Bis dann. Nichts können die. Einer der Vorteile von Dragon Age, wo Elfen einfach das totale Untervolk ist, dass von allen versklavt wird. Also wirklich. Wer könnte sich da denn wohl auskennen mit... Hm. Was gibt es? Bis später. Ich überlege gerade Bildnisse. Wir könnten sich damit auskennen. Aber ich muss es ehrlich sagen, das finde ich... Die Sidequest möchte ich jetzt doch schon gerne noch mitnehmen. Was können die Kortisanen für euch tun? Naja, wir sind jetzt in Kapitel 3 immer noch, oder? Dann gibt es immer noch Kapitel 5. Auch wenn eine fette Glitzerelfe meinte, das wäre wohl nicht mehr allzu lang. Aber da wir ja immer noch nicht in Dings wieder zurück waren für die Fränke Quest, kannst du ja jetzt ruhig weiter vor dich hindönern. Vielleicht müssen wir noch mal mit dem Kollegen reden. Vielleicht weiß der noch was dazu. Kämpfen? Nein, wir können nicht mehr mit ihm reden. Dann runter da. Ja, aber... Ab dafür. Was könnte schon schief gehen? Nein, die ist unschuldig. Wer? Ich sagte nicht alles, ich sagte alles. Skelette. Geh mir mal. Kannst wieder nahkampfen mit deinem Bogenschützen. Nein, nicht schon wieder. Zombie. Ich würde mal sagen, geh nach links und dann darfst du Aurelia wuppen. Mit Taki nach oben und dann... Aber da steht Zwergi. Ja, aber du willst mit Taki nicht nach vorne gehen, wenn du gleich mit Aurelia da einmal rein... Ja, ich weiß. Deswegen... Stellen wir Taki da hin. Da macht er sich ganz gut. Da wartet. Naurim wartet auch. Und wir... Treffen nix. Treffen nix, wie üblich. Taki, das Tentakel-Monster. Äh... Klingt falsch. War sein Filmname. Warte mal. Äh... Oh, nein. Ah... Ja, erlöse mich. Das heißt, du hast den Film gesehen. Selbst schuld. Nein, ich hab den Film nicht gesehen. Ja, das sagt er jetzt. Nein, ich habe gerade in Bezug auf das eine andere Überleitung im Kopf gehabt, wo du was für Filmname sagtest. Die Toten erheben sich. Wenn in der Höhle kein Platz mehr hieß, kommen die Gärzte auf die Bühne hin. Das war auch bei irgendeinem Konzert. Wir sind da gerade zwei neue gespawnt. Nein, ich will nicht schon wieder 27 Zombies killen. Nein, diesmal sind das 28. Das ist eine viel magischere Zahl der 27. Nicht 42. Oh, verdammt, wir haben vergessen. Nein. Tränke nachzulegen. Ja. Das ist ein Glückwunsch, die werden insgesamt im Schaden machen. Oder auch gar keinen. Wieso sind die auf einmal Immungengengstichschaden? Ja, apropos Zahlen. Da war ich gestern wieder sehr nett. Nachdem wieder mal einer sein Passwort für das EG-Treffen-Forum vergessen hat. Und ich ihm deswegen ein neues Passwort gesetzt habe. Und es war die erste achtstellige Primzahl. Fand er nicht so lustig, ich schon. Kann ich nachvollziehen, warum er das nicht lustig fand. Nur weil du nicht die erste achtstellige Primzahl kennst. Ich müsste sie googeln. Ich gebe es zu. Ich habe es nicht in die Primzahl. Ich kenne auch nur die ersten siebenstelligen auswendig. Tut mir leid. Ja, jetzt hier. Tu mal was. Wieso beendest du die Hunde? Du hättest doch den Zombie noch treffen können. Achso, ich... Du hast doch zwei Felder Reichweite. Gebe Taki, Zombie klatschen. Guck mal, schau. Zum Angriff! Ja, mein Ohr? Ich habe meine Hexe gefunden. Dürfen wir die verbrennen? Tja, ich finde es mehr als mies, dass die Viecher hier immun sind. Das ist Eddie Borg. Du hast die Waffe zu oft gegen sie benutzt, deswegen sind es jetzt immun dagegen. Borg klingt schwedisch. Nein, 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 nein. Auf solche Überleitung stellst du mir jetzt nicht an. Also wer den Film nicht kennt, der muss aber echt in den Keller. Welchen Film? Erster Kontakt. Ja, 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 ja. Ja, weil du gerade was von wegen um Schwedisch gesagt hast. Das ist aus dem Film. Okay. Kurz bevor sie aufs Holodeck gehen, oder was auf dem Holodeck? Das ist nur, weil er das hier gesehen hat. Wo er die, äh, Schwarze vom Planeten rettet, die dann auf der Enterprise ist. Da hast du noch mehr davon im Kopf als ich. Ich hätte jetzt fast gesagt, wie überraschend, aber dann hat er natürlich wieder gesagt, dass es unfair. Ja, ich bin doch bekannt dafür, mir irgendwelchen sinnlosen Scheiß zu merken. Ich bin mir auch, ich bin auch dafür bekannt, mir allen möglichen sinnlosen Scheiß zu merken, aber ich habe diesen Film so so ewig schon nicht mehr gesehen. Dann wird es mal wieder Zeit. Ja, hast du ihn? Nein. Siehst du wohl. Das Problem ist, dass die Dinger immer noch relativ teuer sind. Genauso wie auch die ganzen DVD-Boxen. Ja. Du hast genau null Tränke. Und auch null Proviant. Ja, dann kannst du jetzt noch einen Kampf machen und dann gehst du Zeugs kaufen. Ja. Oder du wipest einfach und hast Pech. Was die wahrscheinlichere Alternative ist. Maybe. Ich bin draußen. Tschüss, Richie. Hier, da hast du die Maus. Viel Spaß. Das ist ja Arbeit. Nee, 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 nee. Oder nimm mal die richtige Hand. Ich sitze rechts von der Maus. Da ist die rechte Hand zu benutzen schwierig. Und du legst die... Das Mausfett ist groß genug und dein Arm ist lang genug. Die Maus ist immer noch links von mir. Du kannst den Arm doch abhauen. Weißt du, wie unbequem das ist? Weißt du, wie faul ich bin? Wie faul du bist, weiß ich. Nein, du hast keine Vorstellung, wie faul ich wirklich bin. Doch, ich hab ne Vorstellung davon. Bisschen ungefähr genau. Hochgegol mal so viel faul wie ich. Das ist ne sehr vorsichtige Näherung, aber kommt dem entgegen. Das ist keine vorsichtige Näherung, das ist die Näherung. Punkt. Elektrotechnik hat eigentlich dazu, so lange eine Foliertransformation anzuwenden, bis sie das Ergebnis passt. Und mit Hochgegol bin ich schon ziemlich weit aus dem Fenster. Ja, dann wechsel mal auf dein Schwert und erfreue dich am... Du wirst da nix machen mit faul. Entweder lässt es gleich stehen oder du versuchst irgendwie Zufalltreffer wieder zu machen. Wie war das, mit dem Zweihänder einfach fallen lassen? Jo. Genau so läuft's doch. Pief, ho. Naja. Das ist ja nicht mal effektiv. Möf. Konntest du den unten nicht treffen? Könnte ich. Uhu. Möf. Jo. Macht auch ein bisschen Schaden. Ja, und da haben wir wieder das Problem, wir müssen da hinten sein Eckstück kaputt machen. Dann zieh mal zu. Warum, warum immer Kristalle? Können schon längst fertig und beim Essen sein. Äh. Moment. Schön die... Ich meine in-game. Schön die Skelettknochen auskochen. Ja, ne. Ja, ne. Wieso nicht? Ja, ne. Ist nicht. Wieso nicht? Ne. Ist nicht. Ist ja... Wer weiß wie lange die da schon liegen. Ja, grad da haben sie Geschmack. Ja, ne. Äh, äh. Ein schön erdiges Aroma. Ein schön erdiges Aroma. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ja. Jungspund. Weiß nicht was gut ist. Ne, ne. Ich weiß was gut ist. Genau darum ja. Da brauchst kein Dreier für. Das sag ich ja. Dann lauf mal. Mhm. Glock. Beeindruckend. Okay. Du hast Freunde gefunden. Und cool. Ich mach da mal eine wahnwitzige Voraussage. Ich weiß wer nächste Runde umkippt. Wir brauchen einen neuen Magier. Äh, Burgschützen. Was auch immer. Dingsbums. Da. Und Timmy erst. Wir brauchen einen neuen Timmy. Moment. Erstaunlich. Warum? Weil du ein Skelett umgepustet hast? Ja. Grill Aurelia. Krosse Hexen. Nein. Wir werden keine Hexen verbrannt. Sexy. Sehr schön. Ja. Auch zufriedenstellend. Nein, ernsthaft. Herzlichen Glückwunsch. Was stand da gerade? Ist immun gegen physischen Schaden? Das stand magischen Schaden. Welch Knifter hast du in der Hand? Ist das der Ronraka? Ja. Äh, geweihte Waffe. Scheiße. Scheiße. Das heißt, Bogen und Versuchen auf... Mesen. Okay. Das machen wir gleich nochmal. Ähm. Ja. Da sieht zu, dass du Zwergi vorkriegst. Klingt nach einem Plan, aber erstmal sollte ich Aurelia da wegnehmen. Ich stehe da gerade ein bisschen ungesund. Ach was. Sieht nur so aus. Ich glaube, das spare ich mir. Oh, ist ausgewichen. Der helle Wahnsinn. Aber guck mal, es stehen nicht alle auf. Der eine bleibt liegen. Yes. Mysteriös. Mysteriös. Eingelagt. Eingelagt. Ein Fall für Galileo. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Oh Gott. Nein. Allerdings eine ernstzunehmende Frage.